Der JAC E10X und die Vorteile von Natrium-Ionen-Batterien. Der 365 lange, 1,67 Meter breite und bis zu 1,54 Meter hohe Jagd E10X könnte die Welt verändern. Warum und weshalb, das erfahrt ihr in diesem kurzen Video. Damit hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive, eurem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Magazin. Der E10X basiert auf dem IEV6E, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Kia EV6. Das Modell wurde bereits 2020 vorgestellt und in China seit 2021 verkauft. Der Radstand beträgt 2,39 Meter, ein typisches Stadtauto also. Kompakt, solide und bewährte Technik unter der Karosserie, Scheiben, Bremsen vorne, Trommel, Bremsen hinten und das Fahrzeug ist halt auch rein elektrisch angetrieben. Soweit also nichts Ungewöhnliches. Nun bekam das Fahrzeug ein kleines Upgrade, ein Natrium-Ionen-Akkumulator mit einer Kapazität von 25 Kilowattstunden. Damit soll der Kleinwagen Reichweiten von bis zu 250 Kilometer erzielen. Im Alltag vermutlich eher weniger, aber das Spielchen kennt ihr ja. Der 36 Kilowatt starke Permanent-Magnetsynchronmotor treibt stets die beiden Vorderräder an. Mit maximal 102 Stundenkilometer ist der City-Flitzer schnell genug für die Landstraße. In diesem Video werden wir die Vorteile von Natrium-Ionen-Batterien gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien erläutern und herausfinden, wie der JAC-E10X die Automobilindustrie verändern könnte. Einen kleinen Nachteil gibt es. Die Natrium-Ionen-Batterie hat eine Dichte von 140 Wattstunden pro Kilogramm. Somit ist man schon nah dran an der klassischen Lithium-Ionen-Batterie, die über ca. 150 bis 200 Wattstunden pro Kilogramm verfügen kann. Sprich, bei gleicher Kapazität ist der Akku derzeitig noch etwas schwerer. Dafür bietet er dann aber auch einige Vorteile. Natrium ist ein häufig vorkommendes Element, das leicht zugänglich ist. Natrium-Ionen-Batterien bieten eine kosteneffizientere Alternative, die es ermöglicht, erschwinglichere Elektroautos wie den JAC-E10X zu entwickeln und auf die Räder zu stellen. Natrium-Ionen-Batterien sind umweltfreundlicher als Lithium-Ionen-Batterien, da sie weniger schädliche Chemikalien enthalten und in der Herstellung weniger umweltbelastend sind. Die Verwendung von Natrium-Ionen-Batterien kann somit dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck von Elektroautos weiter zu reduzieren. Von der Natrium-Ionen-Technologie geht im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien eine geringere Brand- und Explosionsgefahr aus, wieder ein Pluspunkt für diese Technik. Innerhalb von 15 Minuten soll bei diesem Fahrzeug 20 Kilowattstunden nachgeladen sein. Die Natrium-Ionen-Batterie soll länger halten und der Preisvorteil könnte sich auch für die Kunden auszahlen. Das erste Fahrzeug ist nun also in einer Kooperation mit einem VW Joint Venture Partner entstanden. Wer sagt denn, dass der ID.2 nicht auch mit einer Natrium-Ionen-Batterie auf den Markt kommen wird? Der JAC E10X kostet in China ca. 11.000 Euro. Ihn nach Deutschland zu holen, würde den Preis sicherlich schnell verdoppeln. Daher sehen wir da keine Chance. Aber die Natrium-Ionen-Akkutechnik, die sehen wir auf der ganzen Welt, in Europa, auch in Deutschland, ganz sicher schon bald. Inzwischen gibt es einen Wettstreit, wer mehr Wattstunden pro Kilogramm liefern kann. Das Ziel dürften die 200 Wattstunden pro Kilogramm sein. Und wir sind gespannt auf die ersten Langzeiterfahrungen. Findet ihr das Thema genauso spannend wie wir? Ja, dann lasst doch ein Abo hier für diesen Kanal, um auch weiterhin umfassend informiert zu werden. Wir freuen uns natürlich auch über ein Like für den Algorithmus und natürlich über eure Kommentare. Liebe Grüße aus der Electric Drive-Redaktion, euer Jens. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.